Herzlich Willkommen zu einem neuen Bibelstudium, zu einer neuen Reihe, die wir aus dem Buch der Sprüche haben werden. Die Bibel ist ein phänomenales Buch. Es ist ein Beweis, dass sie von Gott geschrieben ist. Das heißt, dass der Inhalt von ihm kommt dadurch, dass er in unterschiedlicher Art und Weise versucht, immer dasselbe zu erklären, was entscheidend und wichtig ist für das Leben. Er hat sich dafür verschiedene Menschen ausgesucht, die jeder aus seiner Perspektive die Dinge beschreibt. Aber wenn man sie zusammenfasst, wenn man hineinschaut, erkennt man, dass letztendlich die Information, die wir lernen müssen, in jedem Buch der Bibel nahezu die gleiche ist. Das ist so wie im Körper des Menschen. Wir haben einige Trillionen Zellen in einem Körper und jede Zelle hat dieselbe Grundinformation, das heißt, hat dieselben Gene wie die anderen Zellen alle auch, weil sie entstehen ja alle aus zweihalben Zellen, die zu einer Zelle werden. Dennoch sind sie und funktionieren sie unterschiedlich. Die Leberzelle und die Schilddrüsenzelle machen etwas anders, obwohl sie dieselbe Information in sich tragen. Und alles, was in dem Körper des Menschen ist, ist so ausgelegt, dass es das Leben fördert und so ist es auch mit der Heiligen Schrift. Sie hat eine Menge an Informationen, aber sie konzentriert sich letztendlich immer auf einen gewissen Punkt. Das ist das Faszinierende. Wir haben jetzt hinter uns das Studium vom Jakobusbrief und wir haben vieles daraus gelernt und eines der Punkte war das, was Jakobus auch sehr deutlich erwähnt, zusammen mit dem Buch der Sprüche. Und das ist die Weisheit. So das zentrale Thema letztendlich des Buches der Sprüche ist die Weisheit. Und um Weisheit hatte Salomo, der die meisten dieser Sprüche geschrieben hat, Gott gebeten. Und Weisheit war das Thema seines Lebens. Und er schreibt diese Sprüche, nachdem er seine Erfahrungen durchgemacht hat in seinem Leben. Und sie sind von äußerster Kostbarkeit, weil sie sich auf das Wesentliche wiederum konzentrieren. Die Sprüche sind eine hohe Theologie und dennoch scheinen sie nicht so zu sein. Sie sind Gleichnisse. Jesus Christus kam und er predigte und sprach mit den Menschen in Bildern, in Gleichnissen, in Sprüchen, wenn man so will, damit es der Geist des Menschen verstehen kann. Und genauso ist das mit dem Salomo. Der Salomo verwendet Gleichnisse. Er verwendet Beispiele aus dem reellen Leben, aus dem, was er selbst erfahren und zum Teil durchgegangen ist, nachdem er seine Wege hatte. Die einen waren von Weisheit geprägt und die anderen von Torheit und Narrheit. Er spricht aus der Erfahrung der beiden Wege, die es nur gibt. Es gibt keine drei Wege, es gibt nur zwei Wege. Es gibt den Weg der Weisheit und Wahrheit und den Weg der Narrheit oder des Irrtums und der Lüge. Und er schreibt diesen Brief, er schreibt dieses Buch, wenn man so will, als eine Lebenserfahrung, aber im Auftrage Gottes, damit wir daraus was lernen. Und so wie der Jakobusbrief, mein Lieblingsbrief ist aus dem Neuen Testament. So muss ich bekennen, auf der Alten Testament sind mir die Sprüche, nicht nur, aber die Sprüche Salomos. Das, was Gott uns hier offenbart hat, gerade für mich als Arzt von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung geworden. Wenn jemand wissen will, warum er krank ist, der Salomo weiß es. Wenn jemand wissen will, wer gesund werden soll, der Salomo weiß und kennt es und hat es niedergeschrieben vor ca. 3000 Jahren. So lasst uns einfach das Buch öffnen und beginnen zu lesen. Wozu? Warum? Was trieb ihn an, als er es geschrieben hat? Dies sind die Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig Macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit die unverständigen Klugheit verliehen werde, den unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Erkenntnisse und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführungen an, damit er den Spruch und die bildliche Rede verstehe. Die Worte der Weisen und ihre Rätsel, das heißt ihre Sprüche. Nun, damit beschreibt er letztendlich das Ziel, was er hat, warum er das schreibt. Und da sind einige Dinge, die ich denke, wichtig wäre, dass wir im Einzelnen sie durchgehen, dass wir sie im Einzelnen betrachten. Was ist das Ziel, was der Salomon geprägt vom Heiligen Geist mit den Sprüchen hat? Die Sprüche. So, was ist das Ziel? Was will er dadurch erreichen? Und das erste ist die Weisheit. Das Ziel ist, Dinge zu erlernen. Ja, letztendlich, ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, Dinge zu lernen. Und das ist, als erstes erwähnt er die Weisheit. Als zweites nimmt er und sagt, hier die Schlachter Unterweisung. Wenn wir aber die Lutherbibel nehmen und die Lutherbibel ist die, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch täglich lese, die Übersetzung von 1912. Aber ich habe hier eine, die ist noch ein bisschen älter als 1912. Und ich finde, der Luther hat durch die Art und Weise, wie er übersetzt hat, doch Dinge manchmal klarer gesagt, sicherlich in seiner Sprache damals, die wir heute manchmal nicht so wirklich verstehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir manchmal, weil wir ja nicht aufs Original zurückgreifen können, wir sind nicht so fähig, die hebräische Sprache zu lesen und uns da hinein zu versenken. So ist es gut, dass man verschiedene Übersetzungen sieht und dass man den Begriff, dass man das Ziel erreicht, so viel wie möglich zu verstehen von dem, was ausgedrückt ist. So, er sagt hier zu lernen, ja, Dinge zu lernen und dann sagt er Weisheit und Zucht. Und jetzt ist natürlich die Frage, es ist dieses Wort, das mit Zucht, der Luther übersetzt, kann auch mit Unterweisung zu Rechtweisung übersetzt werden. Und da der Luther zu seiner Zeit die Zucht doch als das Wichtigste sah, im Lernen von etwas, das wird heute nicht mehr so gesehen. Zucht hat einen negativen Touch, also eine negative Betonung. Deshalb versucht die neuere Übersetzung der Schlachter zu sagen, Unterweisung. Aber Unterweisung, werden wir sehen, trifft nicht wirklich den Kern der Aussage. Weil es geht tatsächlich, wenn man sieht das Ziel, was man haben muss, dann gibt es in einer Welt der Sünde, das heißt dort, wo wir jetzt leben. Keine Weisheitserkenntnis ohne die Zurechtweisung, ohne die Zucht, die dahinter stehen muss. Das haben wir nicht, weil wir können dazu gar nicht kommen, die Zurechtweisung. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, nämlich die Züchtigung. Das sind Begriffe, die heute alles sehr, sehr negativ sind. Züchtigung, Zurechtweisung, weil wir haben ein Irrtum in uns, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Deshalb ist uns Zucht und Zurechtweisung nicht ein guter Begriff. Aber interessant ist, wir müssen Dinge lernen, nämlich die Weisheit und sie fängt an mit Zucht. mit Zucht. Und dann steht das, dass man Weisheit und Unterweisung, also Zucht erkenne und verständige Rede verstehe. Das heißt, dass man verständig wird. Wenn man die Luther-Übersetzung nimmt, dann steht zu lernen, Weisheit und Zucht, Verstand, Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht. Das heißt, er zählt sie alle in einer Reihe auf. Das heißt, nach der Weisheit und der Zucht kommt der Verstand. Verstand. Das heißt, dass man Verständnis hat, Dinge versteht, Verständnis, Verstand, Weisheit, Weisheit, Zucht, Verstand. Was gehört noch alles dazu? Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht, sagt der Luther. Und hier in der Elbe, in der Schlacht, das steht, dass man Verstand bekomme und einsichtig wird, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Gerechtigkeit. So, das sind Dinge, die sollte man lernen. Und das sind Dinge, die sollte man lernen. Der Salomo schreibt ein Buch oder er sieht sich gestrieben zu schreiben, dieses Buch der Sprüche als auch des Predigers. Und er sagt, mein Ziel ist es, dass ihr Weisheit lernt, dass ihr Zucht lernt, das heißt Zurechtweisung, dass ihr verständig werdet, dass ihr die Gerechtigkeit tut und das Recht und das Recht und dass ihr in Aufrichtigkeit lebt. Das sind doch ganz noble Ziele, oder nicht? Und dass das alles ein Paket ist, das zusammengehört. Das werden wir auch sehen in dem Verlauf des Lernens der Sprüche. Es sind also Dinge, die man letztendlich zwar einzeln aufzeigen kann, aber nicht wirklich voneinander trennen. Die Gerechtigkeit ist an den Verstand gebunden, sie ist ans Recht gebunden, sie ist an Aufrichtigkeit gebunden und sie ist sicherlich an die Fähigkeit gebunden, Zucht zu lernen. Das heißt, wenn man etwas Falsches getan hat, die Zucht und die Züchtigung zu verstehen und sich zu korrigieren zu können und letztendlich das Große, die Weisheit in allen Dingen zu haben. Ich denke, das ist ein sehr allumfassendes, schönes Ziel, das er uns hier beschreibt. Wunderbares Ziel und ich denke, dieses Ziel spricht uns doch alle an. Ich denke, jeder von uns möchte doch weise sein. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die bewusst unweise sein wollen. Ich denke, jeder denkt, Weisheit ist ein hohes Gut. Nicht jeder schätzt es, dass er sich so verhält. Nicht jeder weiß, dass man es lernen muss, aber die Ziele, die er hat hier, dass man Verstand bekommt, dass man Erkenntnisse sammelt. Es steht ja hier, dass die Unverständigen Klugheit verliehen werden. Vielleicht tun wir diese Sachen auch noch dazu bei Verständnis. Verständnis kommt, ich schreibe es dann hier unten, ist Klugheit. Letztendlich könnte man Klugheit auch hier oben schreiben als Weisheit. Ja, nur ein anderes Wort. Und den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Erkenntnis. Besonnenheit. Besonnenheit. Und wer verständlich ist, eignet sich weise Lebensführungen an. Das Ganze führt zu einer guten Lebensführung. Lebensstil nennt man das heute eine gute Lebensführung. Und wenn wir die Lutherbibel nehmen, dann sagt er hier, Wer weise ist, der hört zu und bessert sich. Das heißt, es ist fähig zu lernen. Und wer verständlich ist, der lässt sich raten, dass er vernehme die Sprüche und ihre Deutung, die Lehren der Weisen und ihre Beispiele. So, wenn ich noch den Vers 4 davor lese, dass die Unverständigen witzig, das heißt, klug werden, das ist das, was die Schlachter mit klug. Und Luther setzt es mit seinem Wort zu der Zeit witzig. Und die Jünglinge vernünftig und vorsichtig werden. So vernünftig und vorsichtig, das heißt, sie sind und wer verständlich ist, der lässt sich raten, dass er vernehme die Sprüche und ihre Deutung, die Lehre der Weisen und ihre Beispiele. So, das Ganze soll zu einer Lebensführung bringen, zu einem Lebensstil, der den Menschen zufrieden macht. Alle diese Dinge sind uns sehr willkommen. Wer mag keine besonnenen Menschen? Wer mag keine, die zuhören können, die überlegen können, die Verständnis haben? Wer mag diese Menschen nicht? Wenn wir jetzt mal auf das Gegenüber schauen. Und wer möchte nicht so ein Mensch sein? Also ich möchte sehr gern so ein Mensch sein. Ich möchte einen Lebensstil haben, eine Lebensführung, wo man erkennt, dass das Ganze hat Hand und Fuß. Das heißt, das Ganze ist nicht etwas Kleines, etwas Oberflächliches, ist nicht eine negative Art zu sein, sondern dass es etwas wird, dass man gerne lebt und es gerne weitergibt. Ich denke, ein weiser Mensch zu sein, ein kluger, der die Erkenntnis besitzt, der entscheiden kann, der gerecht sein kann in dem, was er tut und denkt, ist eine sehr gute Sache. Das ist genau das, was in unserem Geist auch das Bedürfnis völlig trifft. Wir alle haben in unserem Geist das feste Bedürfnis für diese Dinge geschrieben, sind die geistigen Bedürfnisse des Menschen. Und der Salomon möchte sie, natürlich nicht er, sondern Gott dahinter, möchte, dass die Bedürfnisse unseres Geistes befriedigt werden, damit wir zu dieser Fülle kommen des Lernens eines Lebenswandels, der makellos ist. Ich denke, wir werden sehen, dieser Lebenswandel, der hier beschrieben wird, ist einer, der sehr attraktiv ist und sehr angenehm. Die Frage ist nur jetzt, wie immer, wie komme ich zum Ziel? Und auch diese Frage sagt er ganz deutlich schon am Anfang seines Buches. Und er sagt so, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Wiederum das Wort Weisheit und Zucht. Züchtigung. Er verwendet dieses Wort dreißig Mal in den Sprüchen so, es ist also nicht ein Wort, das man sagt, er hat es jetzt einmal erwähnt. Nein, nein. Die Zucht gehört zum Lernen dazu. Und der Tor, der Narr lässt sich nicht züchtigen. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Nur Toren tun das Menschen, die nicht ja, die anderen Menschen, die suchen die Weisheit und deshalb wissen sie, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Auch hier wieder, wo Unterweisung steht, steht die Zucht. Und hier, wo der die Schlachterbibel Lehre übersetzt, übersetzt der Luther es deutlicher mit Gebot. Das heißt, höre mein Sohn auf die Zucht deines Vaters und verwirf nicht das Gebot deiner Mutter. Das heißt, die zwei haben eine gewisse Autorität für das Kind und deshalb sollte der Sohn, dem er diese Sprüche schreibt, wenn er so will, er schreibt sie an die Jünglinge, er schreibt sie an die jungen Männer und Frauen, damit sie das lernen und die Zucht des Vaters zu hören und das Gebot der Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein, wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen den Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab, wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen, schließ dich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen, mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen um Blut zu vergießen, denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel, sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach, so geht es allen, die nach ungerechtem Gewinn trachten, er kostet seinen Besitzern das Leben. Und dann steht die Weisheit ruft draußen, laut öffentlich, lässt sich ihre Stimme hören, auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen, kehrt um zu meiner Zurechtweisung siehe ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen wiederum das Wort der Zucht Erzüchtigung kehrt um zu meiner Zurechtweisung siehe ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen ich will euch meine Worte verkünden darum weil ich rufe und ihr mich abweist weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Züchtigung nicht begehrt so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten wenn das kommt was ihr fürchtet wenn das was ihr fürchtet als Verwüstung über euch kommt und euer unheil unheil euch überraschen wird wie ein sturm wenn euch angst und not überfällt dann werden sie mich anrufen aber ich werde nicht antworten sie werden mich eifrig suchen und nicht finden weil sie die erkenntnis gehasst und die furcht des herrn nicht erwählt haben weil sie meinen rat nicht begehrt und alle meine zurechtweisungen verschmäht haben darum sollen sie von der frucht ihres eigenen weges essen und von ihren eigenen ratschlägen genug bekommen denn die abtrünnigkeit der unverständigen bringt sie um und die sorglosigkeit der toren stürzt sie ins verderben wer aber auf mich hört der wird sicher wohnen er kann ohne sorge sein und muss kein unheil fürchten möchte noch ein bisschen weiterlesen und dann das ganze versuchen zusammenzufassen aber da sich Dinge immer wiederholen und das Salomo weiß wie man lernt man lernt nur durch Wiederholung so wiederholt sich das auch im Kapitel 2 und 3 nochmal aber damit wir es wirklich lesen und ich weiß nicht wie viel wir von uns es uns wirklich zur Hand nehmen und sagen okay ich lese jetzt das Ding hier durch und ich bitte Gott es zu verstehen und zu begreifen so tue ich es wenn ich es lese und ich muss es ein paar mal lesen bis ich einen Blick bekomme bis ich eine Übersicht habe über diese Kapitel und wir haben drei Kapitel für unsere Betrachtung und die sind so voll mit vielen Sachen die können wir nicht in einer Stunde beenden oder alle begreifen aber ich möchte dennoch dass wir ein wenig zumindest wieder den Überblick haben deshalb lasst uns weiter lesen in Kapitel zwei mein sohn wenn du meine worte annimmst und meine gebote bei dir bewahrst so dass du der weisheit dein ohr leist und dein herz der einsicht zuwendest wenn du um verständnis betest und um einsicht flehst wenn du sie suchst wie silber und nach ihr forscht wie nach schätzen dann wirst du die furcht des herrn verstehen und die erkenntnis gottes erlangen denn der herr gibt weisheit aus seinem mund kommen erkenntnis und einsicht er hält für die aufrichtigen gelingen bereit und beschirmt die in lauterkeit wandeln er bewahrt die pfade des rechts und er behütet den weg seiner getreuen dann wirst du gerechtigkeit und recht verstehen aufrichtigkeit und jeden guten weg ihr seht wie er diese dinge wieder kaut und sagt wie kommt man jetzt zu diesen dingen wie er am anfang als ziel erklärt hat wenn die weisheit in dein herz kommen wird und dir kenntnis deiner seele gefällt dann wird besonnenheit dich beschirmen einsicht wird dich behüten um dich zu retten von dem wege des bösen von dem menschen der verkehrtes spricht von denen welche die geraden pfade verlassen um auf den wegen der finsternis zu wandeln die sich freuen böses zu tun und verlocken über boshafte verkehrtheit deren pfade krumm sind und die auf abwege geraten wir sehen wieder die bösen buben aus dem ersten kapitel dieselbe dasselbe schemata der bewahrung vor so einem weg deren pfade krumm sind und sie auf abwege geraten damit du auch errettet wirst von der verführerin von der fremden frau die glatte worte gibt die den vertrauten ihrer jugend verlässt und den bund ihres gottes vergisst denn ihr haus führt hinab zum tod und ihre bahn zu den erschlafften alle die zu ihr eingehen kehren nicht wieder zurück sie erreichen die pfade des lebens nicht mehr darum wandle du auf den weg der guten so hier kommt jetzt die fremde frau und sicherlich wird die weisheit als frau beschrieben so wird auch die torheit und die verführung und er nimmt die torheit als eine verführerische frau die einen die den man verlässt in ihrer jugend und sich einlässt mit den anderen und verführt die menschen deshalb sagt er alle die zu ihr eingehen kehren nicht wieder zurück das kann man nicht nur auf einen ehebruch hinschieben dass man da nicht mehr zurückkommt da kann man tatsächlich zurückkommen man kann buße finden aber wer auf diesen weg der verführerin geht wer die torheit annimmt und nicht die weisheit der kehrt nicht mehr zurück sie erreichen die pfade des lebens nicht mehr es hat viel mit endgültigkeit zu tun mit leben und tot wir werden das in den weiteren kapiteln ausführlicher sehen und uns damit befassen so hier kommt das gegenteil von der klugheit ins spiel die andere frau die versinnbildet wird mit einer untreuen frau das finden wir durch die ganze heilige schrift als schemata bis hin zur offenbarung in dem neuen testament darum wandle du auf dem weg der guten und bewahre die pfade der gerechten denn die redlichen werden das land bewohnen und die unsträflichen darin übrig bleiben aber die gottlosen werden aus dem land ausgerottet und die treulosen daraus vertrieben werden auch hier kommen wir zurück zu der tatsache dass hier dinge beschrieben werden die auf keine andere zeit hinpassen außer auf die zeit des endes auf die zeit nach der endgültigen entscheidung die ein mensch getroffen hat wir haben schon im ersten kapitel gesehen dann wenn der mensch in not ist dann wenn die verwüstung kommen wird dann werden sie die weisheit anrufen und die weisheit wird nicht mehr hören dann werden sie mich anrufen aber ich werde nicht antworten sie werden mich eifrig suchen und nicht finden das ist in vers 28 sich dieses ist die zeit wenn die menschen ihre endgültige entscheidung getroffen haben wenn die menschen in einer not sind und sie haben sie vorher nicht die weisheit von gott geholt und jetzt können sie sie nicht mehr holen weil es zu spät ist es ist alles abgelaufen so so steht es auch hier denn die redlichen werden das land bewohnen wann wird man das land bewohnen bewohnen jetzt die redlichen das land ist jetzt das können wir das zu der heutigen situation sehen dass jetzt die redlichen das land bewohnen und die unsträflichen darin übrig bleiben nein natürlich nicht aber das ist endzeitrede das ist endgültiges endgültige sprache und hier spricht er von der neuen Erde hier spricht er von der wiederhergestellten Erde auf der die unsträflichen die gerechten die redlichen das land bewohnen werden das ist das land das letztendlich übrig bleibt aber die gottlosen werden aus dem land ausgerottet und und die treulosen werden vertrieben werden sie werden sich auf der neuen Erde nicht mehr finden zurzeit haben wir diesen Zustand nicht oder sind wir zurzeit da dass wir sagen dass das ist die Realität des Tages nein das ist sie nicht deshalb lasst uns sehen so wie wir in den letzten Stunden beim Jakobus gesehen haben es gibt diese schöne Aussage von Ellen Weid dass die alten Propheten mehr für die Endzeit geschrieben wie für seine Zeit weil er bezieht sich auf das Endgültige auf das Letzte wir werden das immer wieder sehen wie sich das wiederholt und das ist schön zu sehen dass Gott ein Ziel hat und es muss zu einem Abschluss kommen und die Weisen und die Gerechten die dieses Ziel erreicht haben werden das Land Erben und die es nicht erreicht haben werden ausgerottet werden für immer für immer so der Salomo schreibt für die Endzeit er schreibt für ein Volk das leben wird wenn es schreien wird um Weisheit und es wird ihm nicht gegeben werden man wird laufen und rufen nach der Weisheit aber sie wird sich nicht mehr finden lassen weil als sie rief hat man sie vernachlässigt ich lese noch das Kapitel 3 auch wenn es ein bisschen lang ist dennoch finde ich es so wichtig dass wir diesen Chor des Denkens des nicht nur des Salomo aber wie Gott versucht uns hier ein und dasselbe in drei aufeinander folgenden Kapiteln zu erklären und wiederholen mein Sohn vergiss meine Gebote nicht er steht hier leere letztendlich ist das das Gebot nicht und dein Herz bewahre meine Gesetze so hier übersetzt das Gebot Luther sagt Gesetz und Gebot denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen das nicht schön die Gebote Gottes dein Gesetz werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen binde sie um deinen Hals schreibe sie auf die Tafel deines Herzens so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen vielleicht lese ich das auch mal in der Luther Übersetzung die mit der ich mich viel besser identifiziere sie sagt zu meinem Herzen viel mehr weil ich damit aufgewachsen bin ich lese noch mal vom Anfang Kapitel 3 mein Kind vergisst meines Gesetzes nicht und dein Herz behalte meine Gebote denn sie werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen Gnade und Treue werden dich nicht lassen hänge sie an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens so wirst du Gunst und Klugheit finden die Gott und Menschen gefällt so wirst du Gunst und Klugheit finden die Gott und Menschen gefällt das heißt hier kommt er wieder zurück auf das wie man zu Weißen und zu Klugheit kommt und das ist die das Gesetz und das Gebot so lesen wir weiter in der Schlachter Übersetzung Vertraue auf den Herrn der Luther sagt verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand erkenne ihn auf allen deinen Wegen so wird er deine Pfade ebnen und führen halte dich nicht selbst für weise fürchte den Herrn und weiche vom Bösen das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken so da gibt es viel für den Leib und für seine Heilung die Furcht des Herrn ist die Weisheit wer weise ist ist auch gesund es geht nicht anders die Gesundheit ist auch inbegriffen in einem Verständigen in einem Weisen in der Furcht des Herrn ist die Gesundheit mit drin da wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all all deines Einkommens so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kälten von Most überlaufen hier spricht er den Geiz an der uns alle zerstört und er sagt tu das nicht gib die Erstlinge bring es dem Herrn und du wirst im Überfluss haben mein Sohn verwirft nicht die Züchtigung des Herrn jetzt kommt dasselbe Wort der Zucht verwirft nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung denn wenn der Herr liebt den züchtigt er wie ein Vater den Sohn an dem er wohl gefallen hat wohl dem Menschen der Weisheit findet dem Menschen der Einsicht erlangt denn ihr Erwerb ist besser als Geld Erwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen in ihrer rechten Hand ist langes Leben und in ihrer Linken Reichtum und Ehre ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden sie ist ein Baum des Lebens denen die sie ergreifen und wer sie festhält ist glücklich zu preisen der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken tau herab mein Sohn lass dies niemals aus den Augen bewahre Überlegung und Besonnenheit sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du so wird dein Schlaf süß sein du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten auch nicht den Untergang der Gottlosen wenn er kommt denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstreck denke das sind doch Worte die nicht in die Zeit des Salamos wirklich hineinpassen er sagt wenn der Untergang der Gottlosen wenn er kommt Salomo musste die Endzeit Perspektive haben weil die Gottlosen werden dann erst umkommen wenn die sieben Plagen fallen dann wird offenbart das was der Zorn des Herrn genannt wird dort wird gezeigt werden was der Unterschied zwischen dem Menschen der Gott dient und nicht dient dem weisen und dem unweisen aber es wird eine schwierige Zeit sein und dann sagt er du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten auch nicht den Untergang der Gottlosen wenn er kommt denn der Herr wird deine Zuversicht sein und dein Fuß bewahren vor dem Fallstrick verweigere keine Wohltat dem welchen sie zukommt wenn es in der Macht deiner Hände liegt sie zu erweisen da sagt ihn Luther dass wir nicht etwas zurückhalten sollen wenn man jemand von uns bittet so wir es haben zu geben das haben wir gesehen ist ein Zitat das jetzt folgt dass wir ihm Jakobus gesehen hat Jakobus hat es zitiert von Sprüche 3 Vers 28 Vers 28 Sprich nicht zu deinem Nächsten geh hin und komm wieder morgen will ich dir geben während du es doch hast er sinne nichts böses gegen deinen Nächsten der arglos bei dir wohnt fange mit keinem menschen ohne ursache streit an wenn er dir nichts böses zugefügt hat sei nicht neidisch auf den gewalttätigen und er wehre dir keinen seiner wege denn der verkehrte ist dem herrn ein gräuel aber mit den aufrichtigen hat er vertrauten umgang der fluch des herrn ist im haus des gottlosen aber die wohnung der gerechten segnet er wenn er auch spottet über die spötter so gibt er doch dem dem demütigen gnade die weisen werden ehre erben die toren aber macht die schande berühmt anfängt er im kapitel 4 wieder an ihr söhne gehorcht und so weiter so wir haben ein gewisses muster gesehen hoffe ich wenn wir es uns vor augen führen ach das eine antwort gibt auf einige fragen und lasst uns das malen und versuchen zu begreifen mit unserem verstand und geist damit wir sehen was ist sache letztendlich das ziel ist die weisheit und die erkenntnis was wir gesehen haben und jetzt ist die frage natürlich wie wird es erreicht wie komme ich dahin und er sagt ganz deutlich es ist die furcht des herrn in diesen ersten drei kapiteln wenn ihr aufmerksam gelesen habt dann es ist viermal mindestens wo er das hervorhebt die furcht des herrn ist hier viermal schon erwähnt und die erkenntnis gottes ist das was das ganze begleitet so das wie ist die furcht des herrn und er macht mit uns etwas das so aussieht wie züchtig und gesagt den der herr lieb hat den straft und züchtigt er das ist zitiert hier im salomo und zwei mal im neuen testament wird es mit erwähnt und das ist einmal in dem hebräer brief im kapitel 10 da kapitel 10 12 oder 12 kapitel 12 da wird diese die züchtigung gottes erwähnt im kapitel 12 die genauso zitiert wird hier 12 vers 6 denn wenn der herr lieb hat den züchtigt er und er schlägt jeden sohn den er annimmt so wie kommt man zur weisheit wie kommt man zu dem ziel durch die züchtigung des herrn der herr muss also hand anlegen er muss etwas tun mit dem sohn dass er vernünftig und weise wird diese züchtigung ist in unserem fall notwendig weil wir auf dieser erde leben und weil wir eine neigung zum bösen haben und einer korrektur bedürfen es wird sie nicht mehr geben im himmel es wird sie nicht mehr geben weder die züchtigung des herrn gibt es im himmel noch die furcht des herrn wird es im himmel geben in der art und weise weil wir müssen und brauchen uns nicht mehr zu fürchten dass wir etwas falsches tun werden wir werden das noch nachher kurz erklären so wie komme ich dahin durch die furcht des herrn durch die züchtigung des herrn dadurch lerne ich das ziel zu erreichen und es wird vier fünf mal in diesen ersten drei kapiteln erwähnt jetzt ist das nächste wohin führt die wenn man so will wohin führt das lernen der weisheit und das ziel es führt zum leben zum frieden zum reichtum ehre langes leben oder ewiges leben es führt zu völliger sicherheit man muss sich vor nichts fürchten kein schrecken nichts mehr wird da sein was uns schrecken könnte es führt zum ewigen leben zur völligen sicherheit zur ja denke das was wir bisher gelesen haben deckt das ab dass wir sehen wohin das führt du kannst völlig ruhen vielleicht völlige sicherheit bedeutet furchtlosigkeit keine angst keine angst mehr hier haben wir die furcht des herrn und hier haben wir die furchtlosigkeit und wir werden sehen wenn wir das ein bisschen näher betrachten wie sich das entwickelt so wohin führt dieses die furcht des herrn wohin führt die die leere die zucht dann kommen wir zum dem negativen teil des ganzen was passiert wenn ich ihr nicht gehorche ja was folgen wenn wir das ziel nicht erreichen was sind die folgen sie sind letztendlich verderben ausrottung auslöschen oder tot ewiger tod angst angst und schrecken angst und schrecken ja ich denke das fasst das so zusammen was wir gelesen haben so die die struktur ist einfach und ähm zeigt uns ganz deutlich den den weg an das salomo schreibt die sprüche nicht um unseren verstand zu kitzeln er setzt sich nicht hin um etwas zu tun um etwas getan zu haben sondern das ganze hat hand und fuß in dem sinne es geht um leben oder tot es geht um alles oder nichts es ist nicht etwas belangloses was ihn bewegt weshalb er schreibt es ist es geht ihm um das leben selbst er möchte seinen sohn er möchte denen die er schreibt uns heute das leben geben die gesundheit wo habe ich denn die gesundheit gelassen sie ist so wichtig wohin führt das ganze zur gesundheit des leibes das lässt er nicht aus das ist ganz wichtig dass es da hat so er er führt etwas auf das nicht belanglos ist es ist entscheidend für unser leben und er bringt im kontrast immer diese diese abfolge die bösen Buben wenn man auf krummen Wegen geht wenn man sich nicht raten lässt wenn man sorglos mit dieser Sache umgeht das heißt man kümmert sich nicht man lässt die Dinge so laufen und denkt nicht nach wo gehe ich hin welches ist mein Ziel man lebt einfach in den Tag hinein ziellos das meint er hier mit Sorglosigkeit die Menschen achten die Zeit die sie haben nicht die ihnen Gott gegeben hat damit sie vorwärts kommen im Leben und es ihnen letztendlich gut geht so sie verachten das und der die Weisheit verachtet wird nicht hinkommen das Zünglein an der Waage letztendlich was die Sache ist wo wir landen werden ob im Leben oder im Tod ob im der Ehre im Lande zu bleiben oder ausgerottet zu werden hängt von uns ab nämlich ob wir durch die Methode Gottes das lernen was zu lernen ist und das ist die Furcht des Herrn die Furcht des Herrn ist der Weisheit anfangen warum ist Salomon so gezielt warum erwähnt er das ob es hier in den Sprüchen ist oder im Prediger wieso kommt er zu der Summe aller Hauptlehren und sagt lasst uns die Summe aller Hauptlehren hören fürchtet Gott und haltet seine Gebote denn das zieht jeden Menschen so was ist die Furcht des Herrn damit wir auch ein wenig praktisch werden zum Ende dieser Stunde wir haben nur ein bisschen Überblick gegeben was ist die Furcht des Herrn ist sie nun eine wirkliche Furcht oder ist sie nur eine sogenannte Ehrfurcht haben wir damit zu tun mit einem Fehler des Wortes Furcht oder ist Furcht wirklich Furcht wir finden diesen Satz durch die ganze Heilige Schrift die Furcht des Herrn und wir finden sie besonders am Ende der Bibel in der Offenbarung in Kapitel 14 Vers 7 fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre und der Mensch die Christenheit die Christen haben ein großes Problem wie sie zusammenbringen sollen die Furcht des Herrn und die Liebe zu Gott weil man nicht versteht an welcher Stille das Ganze zum Wirken kommt in unserem Geist sind wir durch unser blindes Auge so blockiert dass wir die Realität nicht wirklich wahrnehmen und deshalb müssen wir dann mit Worten aufkommen und sagen die Furcht des Herrn ist eine Ehrfurcht und dann sage ich naja und was bedeutet das ist Ehrfurcht der Weisheit Anfang macht das Sinn wenn ich es im Kontext lese dieser wir haben gesehen in diesen drei Kapiteln erwähnt er viermal die Furcht des Herrn und wenn ich den ganzen Kontext schaue ist es dann eine Ehrfurcht so wenn ich ehrfürchtig vor jemandem sitze oder stehe was ist gemeint mit der Furcht des Herrn es ist doch etwas praktisches wenn sie der Weisheit Anfang ist ist nicht irgendeine ein ein Wörtchen und wenn in Offenbarung 14 Vers 7 der Engel mit lauter Stimme schreit fürchtet Gott und geben ihm die Ehre dann ist das ein Aufruf zu einer praktischen Tätigkeit und nicht zu einer Ideologie nicht zu einem einfachen Wort wie soll ich sagen ein 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 Wortspiel und dort im griechischen Text steht das ist Furcht das ist nicht irgendetwas das ist nicht Ehrfurcht im Sinne eines ich sitze jetzt still sondern das ist Tätigkeit Tätigkeit was ist die Furcht des Herrn wir haben jetzt nicht mehr die Zeit das zu besprechen aber wir werden in diesem Studium noch häufig zurückkommen weil in den Sprüchen werden wir finden dass die Furcht des Herrn immer wieder betont wird immer wieder 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 wird es ist so wie wenn ein Lied singt und der Text Furcht des Herrn guckt es euch mal durch nehmt euch die Sprüche oder seht in einer Konkurrenz lest euch die ganzen Sprüche durch und guckt wie häufig kommt er immer wieder zurück immer wieder zu diesem Terminus immer wieder zur Furcht des Herrn so was ist sie wo findet sie statt dass wir wissen dass es kein kein Widerspruch steht zur Liebe zu Gott denke wir alle oder könnt ihr euch noch erinnern auf von dem von den Zeichnungen die ich immer mache über das Herz und wie wir diese zwei Pole haben in uns auf der die positive und das negative vom Körper her wir haben ja keine Möglichkeit dass die Atome haben nur zwei mögliche Ladungen und die haben wir den Geist des Menschen hier bin ich und ich kann nur zwischen Gewinn und Verlust entscheiden und ich bin so gemacht dass ich ein Ja habe für den Gewinn und ein Nein für den Verlust so muss ich also wissen was Verlust ist damit ich es vermeiden kann und die Furcht des Herrn ist in der Einfachheit dieses Schemas ganz klar ich kann etwas vermeiden was mir Verlust bringt das ist eine aktive Tätigkeit und es ist eine reelle Furcht wenn der Chirurg schneidet fürchtet er sich in das gute Gewebe zu schneiden aber er hat damit kein wirkliches Problem wenn wir auf der rechten Straße fahren und nicht auf der linken wenn wir an der roten Ampel stehen bleiben und die Bremse drücken wenn wir die Geschwindigkeit anpassen der Straße dann hat ist das eine Furcht ist ist eine praktische Furcht ist eine praktische Tätigkeit wir tun das um Verlust zu vermeiden so wir haben das Gesetz Gottes wir haben die Vorgabe dass wir vermeiden den Verlust und die Furcht Gottes ist die Fähigkeit des Menschen dass er den Verlust den er selber vermeiden kann das auch tut und so sind die Sprüche voll mit Ratschlägen die einen vor dem Verlust verhindern sollen so ist es ganz praktisch die Furcht des Herrn ist eine Fähigkeit des Menschen bewusst den Verlust zu vermeiden sich an die Regel zu halten deshalb endet der Prediger Salomo endet seinen Prediger Brief oder seine Prediger Schrift damit lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören fürchtet Gott und haltet seine Gebote ist ganz verbunden es ist ein und dasselbe Gott zu fürchten ist ich vermeide die Sünde ich vermeide das Böse es ist nicht eine heilige Ehrfurcht es ist nicht eine Haltung es ist eine Tat genauso wie ich in Richtung gewinnen muss genauso wie ich nach vorne muss um ans Ziel zu gelangen so muss ich auch gleichzeitig ständig bedacht sein nicht vom Wege abzukommen und das ist die Furcht des Herrn und wir müssen uns bewusst werden dass wir eine Verantwortung haben und diese Verantwortung wird uns Gott nie wegnehmen und wenn wir sie nicht erfüllen zerstören wir uns selbst und das ist das was uns Gott durch seine ganze Heilige Schrift und ganz speziell in den Sprüchen beibringen möchte Gott zu fürchten das Übel und das Böse zu meiden weil es in unserer Verantwortung liegt und durch die Gnade Gottes wir es auch tun können wir müssen nicht Sklaven der Sünde sein das müssen wir nicht so deshalb lasst uns mit einer starken mit einem starken Durst an dieses Bibelstudium gehen der Sprüche ja es ist wieder ein großes Buch mit vielen mit großem Inhalt und wir werden es nicht alles in seiner Einzelheit durchnehmen können aber so viel wie wir können lasst es uns studieren nehmt euch und so tue ich die Sprüche und lest euch das Kapitel fünfmal durch nicht fünfmal auf einmal ja ihr könnt es vielleicht an einem Tag zweimal durch lesen aber nehmt euch zehn Tage und in zehn Tagen oder in sieben Tagen wie die Woche dauert des Studiums dann lest euch diese Kapitel jeden Tag durch und bittet Gott dass er euch den Geist gibt dass ihr erkennt was er zu eurem Herzen ganz persönlich spricht und wie ihr die Furcht des Herrn lernen könnt ich tue das so und ich gucke mir tagelang einen Abschnitt an bis ich ihn irgendwo ins Leben geschrieben sonst macht das Studium keinen Sinn darüber zu fliegen einmal zu lesen und meinen man hat es verstanden ist nicht wirklich studieren studieren ist Gott zu bitten und den Text zu lesen einmal heute zweimal heute morgen wieder zweimal übermorgen wieder zweimal und das eine Woche oder zehn Tage oder zwanzig Tage dann werdet ihr sehen am achten am neunten am zehnten tag werdet ihr Dinge erkennen im Text die habt ihr vorher nie gesehen und ihr hättet sie nie erkennen können und euer Herz hätte sich nicht an Gott binden können weil ihr ja oberflächlich geblieben wärt so lasst uns dieses Studium mit großem Ernst verfolgen denn es kann unser Leben komplett verändern und uns zu weisen Menschen machen die die Furcht des Herrn kennen und wissen wie das Böse zu meiden ist Amen 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 Untertitelung. BR 2018